Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Farrhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die Anzeigenerweiterungen zeigen, die Sie bei der Erstellung einer Kampagne auswählen können. Sie haben die Möglichkeit, zum einen eine Sideling-Erweiterung zu erstellen Das sind zusätzliche Menüpunkte, die unterhalb einer Anzeige stehen können, beispielsweise in dieser Form. Sie müssten dann hier noch eine URL angeben, also zu Ihrem Kontaktformular und in einer Vorschau würde es dann so aussehen, dass Sie hier Ihre ursprüngliche Anzeige haben und unten drunter eben verschiedene Menüpunkte, also das ist jetzt nur einer von vielen, die möglich sind, die dann entsprechend hier angezeigt werden. Das heißt, hier wird die Anzeige sehr viel größer und prominenter, als das mit einer konventionellen Google AdWords Anzeige möglich wäre. Das ist nicht die einzige Option, sondern Sie haben hier eben weitere Möglichkeiten. Sie können beispielsweise Zusatzinformationen noch mit eingeben. Wenn Sie bei Elektrorasen mehr bleiben, dann können Sie hier beispielsweise so etwas wie niedriger Verbrauch entsprechend mit eingeben und haben dann eben Ihre Anzeige plus eine zusätzliche Beschreibung, in der aufgezeigt wird, was denn die USPs Ihres Produkts sind. Und auch wichtig ist die Anruferweiterung, also wenn Sie hier eine Telefonnummer hinterlegen, dann können Sie hinterher eben sehen, dass diese auf mobil entsprechend angezeigt wird. Das bedeutet, Sie können oder von Ihrer Anzeige aus kann direkt angerufen werden oder aber hier eben auch eine Anzeige auf dem Desktop, wo auch die Telefonnummer direkt eingeblendet wird. Auch das eine spannende Option. Sie können gleichzeitig hier eben tracken lassen, wie häufig wird ein Anruf getätigt bei Ihren Anzeigen und was auch sinnvoll ist, dass Sie hier entsprechend mobil eingeben als bevorzugtes Gerät. Und Sie haben hier dann eben noch die Möglichkeiten, weitere Start- und Enddaten beispielsweise einzugeben, also wenn sie telefonisch eben nur zu einer bestimmten Zeit erreichbar sind. Zusätzlich dazu gibt es viele weitere Optionen, hier beispielsweise noch die Snippet-Erweiterung ist ähnlich, also hier ist es eben dann auch wieder so, dass Sie weitere Texte hinzufügen können zu den ursprünglichen Beschreibungen, die dann auch zu bestimmten Merkmalen Ihres Produktes passen. Bei allen Anzeigenerweiterungen ist wichtig zu beachten, dass diese nicht von Ihnen selbst immer ausgewählt werden können, sondern Google entscheidet eben, wann diese Anzeigenerweiterungen ausgespielt werden, aber es macht für Sie durchaus Sinn, diese zu integrieren. Sie haben dann die Möglichkeit, Rezensionserweiterungen noch einzugeben. Hier können Sie beispielsweise einen Text eingeben, also sehen Sie unsere Bewertungen und dann eine Quelle eingeben. Das kann für lokale Ladengeschäfte sehr sinnvoll sein, für Restaurants, Hotels und so weiter, die also wirklich auch von den Bewertungen abhängig sind. Und wenn Sie wissen, dass sie da gut bewertet sind, können Sie entsprechend auch die Quellen angeben und sehen dann eben in einer Vorschau die Quelle der jeweiligen Bewertung, wie beispielsweise TripAdvisor oder andere. Und das wird dann eben hier entsprechend angezeigt. Eine App-Erweiterung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie eine eigene App haben und wenn diese eben auch heruntergeladen werden sollen. SMS-Erweiterung, wenn Sie also direkt per SMS erreichbar sein möchten, dann können Sie auch hier wieder eine Telefonnummer hinterlegen und Kunden haben dann eben die Möglichkeit, Ihnen direkt eine SMS zu schicken. Also Sie sehen, Google hat hier ständig neue Funktionen, die durchaus interessant sind, je nachdem, welches Produkt Sie haben. Angebotserweiterung auch sehr spannend. Das heißt, wenn Sie Kampagnen haben, die zu einem bestimmten Anlass generiert wurden, können Sie auch hier entsprechend Neujahr, Valentinstag und so weiter, also schon Black Friday, Cyber Monday und so weiter, schon dezidierte Angaben machen und bekommen dann hier eben die Anzeige mit Erweiterung und dann steht hier eben, wie viel Rabatt Sie denn gewähren möchten zu einem bestimmten Produkt aufgrund eines bestimmten Anlasses. Preis-Erweiterung sind auch eine sehr charmante Möglichkeit, um Ihre Anzeige zu erweitern. Hier insbesondere die Möglichkeit, das eben auszuwählen nach bestimmten Standorten, Veranstaltungen oder Marken. Und Sie könnten eben hier dann entsprechend, in der Vorschau sehen Sie das schon, den Rasenmäher von Marke A im Vergleich zu Rasenmäher Marke B. Wenn Sie jetzt einen Shop haben und eben mehrere Rasenmäher im Sortiment, macht das durchaus Sinn, die Anzeige so zu erweitern. Die Anzeigenerweiterungen insgesamt sind deswegen auch interessant, weil Sie dadurch natürlich, wenn diese integriert werden zu Ihren Anzeigen, eine deutlich höhere Sichtbarkeit erreichen auf der Suchergebnisseite, was dann dazu führt, dass die sogenannte Click-Through-Rate, also das Verhältnis von Klicks zu Werbeeinblendungen, dass das gesteigert wird. Und wenn Sie hier ein besseres Verhältnis zwischen Werbeeinblendungen und Klicks erreichen, dann ist das ein Indikator für Relevanz für Google, was Google auch mit einbezieht, stark mit einbezieht, in seinen sogenannten Qualitätsfaktor. Und dieser Qualitätsfaktor wiederum führt dazu, dass, wenn der hoch ist für eine bestimmte Anzeige beziehungsweise für eine bestimmte Anzeigengruppe, dass Sie dann entsprechend weniger pro Klick bezahlen müssen im Vergleich zu anderen. Es ist also durchaus auch monetär lohnenswert, diese ganzen Angaben hier zu hinterlegen, weil Google dann sehr viel genauer Ihre Anzeige auch schalten kann, also in Kombination mit den Erweiterungen, Sie eine höhere Click-Through-Rate erreichen können und dann eben im Verhältnis es sein kann, dass Sie weniger bezahlen, weil Sie einen höheren Qualitätsfaktor erreichen können. und dann in Kombination mit den Erweiterungen, und dann in Kombination mit den Erweiterungen, Sie einen höheren Qualitätsfaktor. Sie einen höheren Qualitätsfaktor,